Okay Leute, okay Leute, herzlich willkommen zurück, Sir, von Rayman Origins, ja, ach guck mal, ich kann sogar auf der Karte schnell laufen, gar nicht gemerkt, ähm, das letzte Mal haben wir uns ziemlich aufgeregt über unfaire Lums, beziehungsweise unfair, viele Lums, die wir sammeln müssen, ich hab's irgendwie nicht hingeschritten und ich hab wirklich Angst, dass ich das nicht schaffen werde, aber hey, ist jetzt nicht das Problem, bevor ich in die zweite Welt gehe, hab ich doch beschlossen, ich möchte mich mal an eine Zeitchallenge wagen, äh, ja, kriegen wir schon irgendwie hin, da müssen wir wenigstens nicht tausendmal neu, obwohl, vielleicht müssen wir doch tausendmal neu spielen, darf man sterben? Hm, ist das wirklich wie bei Crash Bandicoot? Na gut, die Levels sind ja nicht so lang, ne, also das geht schon irgendwie, so, theoretisch in einer Minute zwei, wie geht denn das jetzt? Wahrscheinlich muss ich das kaputt schlagen, oder? Ah ja, okay, okay, aber keine Musik, warum auch, ähm, wollte eigentlich ein bisschen schneller, war vielleicht schon so richtig scheiße, Oh, 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 oh so das sollte ich mir vielleicht noch gönnen da eben auch wenn ich nicht für ganze stehe wie man hier jetzt schneller durchkommen soll da geht es auch einfach nicht ja oder dieses überlegen gar nicht mal so richtig erkennen wo es eigentlich weitergehen wo ich hin muss eine minute zwei manja was weiß denn ich gibt mir doch ein flow level wo ich einfach durchflogen kann ja dankeschön ich entschuldige mich ja ich merke einfach wie ich überhaupt keine lust darauf habe auf sowas so crash bandicoot weißt du da habe ich ja auch schon angst vor gehabt aber da habe ich als stern und schnee gemerkt also klar hatte ich auch meine level wo es knackig wurde aber da habe ich gemerkt so yo das spiel ist richtig dafür ausgelegt ja das macht richtig spaß da kannst du richtig flow aufbauen und richtig geil bisher habe ich hier so gar nicht das gefühl da wird alles sehr klang die und weil sie nicht so ob seine reden nicht richtig hoch das war interessant hallo rennst du bist doch das war cool ne lieber nicht ja ne ein fehler und das war es schon wieder an der stelle ich weiß nicht ich weiß nicht warum ich den immer wieder einsammel renn ich halte z gedrückt und ich muss noch mal neu drücken wenn ich den raum betrete wie blöd ist denn das was oh oh Ah, okay. Da war schon das Ziel. Na, okay. Ich hab's immerhin geschafft. Boah. Es tut mir leid, dass ich so wenig kommentiere, aber ich muss mich scheiß konzentrieren bei diesem Blödsinn. Ich finde einfach... Ich weiß, wie ich sagen soll. Ja, aber irgendwie macht mir das Gameplay nicht so Spaß. Ich hab irgendwie das Gefühl, es ist alles nicht so ganz... Es läuft nicht alles ganz so flüssig. Es ist so ein bisschen... Es hinkt hinterher. Ich kann nicht so einen richtigen Flow aufbauen wie bei anderen Jump'n'Runs. Das heißt, es klappt hier irgendwie nicht. Ja, meine Figur ist ein Play-Buff-Fupper. Oh, echt? Vielleicht bin ich auch selber nur zu blöd. Ich weiß es nicht. Zumindest hab ich einfach nicht so viel Spaß. Und von daher weiß ich wirklich noch nicht, wie viel ich tatsächlich von dem Spiel spiele. Weil dieser nicht so löst. Was ist das denn? Ein anderer Kleinling. Okay. Der eigentlich so aussieht oder so. Nee. Klar, ich spiele jetzt mit dem eine Runde. Warum nicht? Äh. Achso. 55. Das nächste, was ich freischalten kann wahrscheinlich. So. Dann. Wagen wir das Ganze doch einfach nochmal hier. Es sind vier Level. Es sind einfach vier Level. Rrrrrrrrr. Das wird noch richtig lustig. Es ist halt die erste Welt. Das macht mir so ein bisschen Angst dabei. 1,17. Kann ich hier irgendwie direkt einen Neustart machen? Was hat das? Äh. Kotzen. Oh, mein Gott, ey. Also wenn man in der Luft halt boxt, dann verliert man einfach an Geschwindigkeit. Das finde ich auch sehr stressig. Oh, dann passiert sowas, ne? Achso, ich hätte warten müssen. Danke für nichts. Och, komm! Oh, guck. Merkt ihr das? Man kann hier überhaupt keinen Flow aufbauen. Man muss irgendwie warten und stehen bleiben. Was soll das? Ja, das war irgendwie cool. Das war auch cool. Äh, äh, äh. Irgendwie auch nicht. Ich verstehe nicht so ganz, wie das hier funktioniert. Oh, egal. Da war dir der blöde Abschnitt. Rrrrrr. Natürlich war das optional, Mann. Ob ich das so weiß? Hm. Noch mal schön Zeit verloren. Nice. Nice one. Cool. Hallo? Alter, der macht so'n Blödsinn kaputt, ey. Der. Was ist denn das schon wieder? Ich drück' A und B und hier die kurbelischen Jump will ich machen und das funktioniert schon wieder nicht. Rrrrrrrr, du Affengesicht, ey. Ja, schon. Alles fehlt auf deiner Arme. Hm. So macht das Spaß. So macht das Spaß. Ja, ich hab Spaß an diesem Spiel. Ach komm, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Nee. Oh, da kannst du überhaupt nicht durchflownen. Ey, das funktioniert aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht dafür gemacht für so eine Zeit, challenges. man ist es nicht dafür macht jetzt behinderte weißt du dann dauert es auch noch drei oder fünf meter laufen bis er dann rennt das hat auch nervig anschwung holen ja und jetzt hier ach komm hier ficken es macht keinen spaß ich weiß ich beschwer mich nur aber ich kann auch nichts anderes was Oh, ich habe irgendwie abgekürzt glaube ich, aber auch nur vielleicht, kann man sich nie so ganz sicher sein. Ich bin natürlich elegant dran vorbeigesegelt. Man, da passiert sowas. Ja, ja, wie soll ich denn da jetzt so schnell rüberkommen, bitte? Vielleicht so. Oh mein Gott, ey. Ich spüre schon wieder, dass er auch wieder da vor dem Level so richtig, richtig ätzend wird und richtig krankendern gedauert. Gut. So, der mit dem Schwung schwimmt, der Strom ist jetzt schon schnell. Oder klappt vielleicht. Äh. Äh. Mhm. Achso. Ja, genau. Bleib erstmal so komisch stehen, Kollege. Alle Zeit der Welt. Äh. Okay, jetzt geht es nicht weiter im Level. Cool. Achso, jetzt ist hier auf einmal ein Eingang frei. Äh. Äh. Wie ma... Wie taucht man denn, hallo? Fickte Scheiße, ey. Nicht hoch! Was tust du denn, ey? Boah, ich hab echt Probleme mit diesem Bildschirm. Ähm. Zu sehen, wo ich bin und was hier los ist. Ganz doll. Hätte doch nicht die Wii-Version zocken sollen. Ist ja auch ein Krebs bei. Okay, irgendwie so. War auch gar nicht schlecht. Wow. Äh. Nicht da lange hier irgendwie rumchillen. Mann! Allein sowas. Da muss ich jetzt für stehen bleiben, damit ich da das machen kann. Ist halt nicht so optimal. Ui, eine E1-45. Mach doch die behinderte Tür da auf. Hallo? Mach die Tür auf. Nochmal. Da wollte er grad gar nicht mehr. Muss man wohl da unten treffen. Alter. Da reicht's aber. Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Bla 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 bla. Ja. 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 ist. So. Letzter Level schon. Das ist doch okay. Ja, keine Ahnung. Okay. Zeit-Sallenge. Können vielleicht noch Haare werden. Ich glaube, das kriege ich hin. Aber diese verfickten Lumpse in dem Level. Ich raffe es nicht. Wir fehlen ja nur noch 20, 30 Stück und ich habe gefühlt, alles gesammelt, wo es geht. Das wird noch richtig, richtig ätzend, ey. Oh, das war irgendwie cool. Nein, wo? Wo muss ich denn? Ach, da oben muss ich hin, ne? Ja, toll. Ein ganz großes Kino mal wieder. Auch hier müsste ich jetzt irgendwie komisch warten. Ach, ich hasse dich. Ach, hier, komm, wir haben 15 Sekunden. 50 Sekunden, was soll das denn? Behindert. Oh, meine Augen, ich merke immer, wie ich diese Spiel spiele, ne? Nach 10 Minuten kriege ich schon Augenschmerzen, ey, was richtig anstrengend für mich ist. Wie gesagt, gibt es diese Lampen? leichte, leichte Interlace, weil das Spiel halt so schnell ist, ist das richtig, richtig ätzend. Da lässt man die Konzentration auch komplett nach irgendwann. Kriege einfach nichts mehr hin. Ich habe generell eine Konzentrationsschwäche, aber... Wow, 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 wow. So. Macht's nicht einfacher. Weil soll ich denn jetzt auch sehen, dass es hier direkt... Ja, toll. Hallo, Alter, was spielt der denn jetzt einfach davon? Mann. Ja, wir müssen jetzt warten. 10 Sekunden noch. Soll ich das denn jetzt bitte schaffen? Oh, bleib doch da nicht hängen, ey. Ach, noch ein Abschnitt weiter. Ja, cool. What, bitte? Da ist ja der Verbackte da oben, ich erinnere mich, den mich manchmal einfach nicht nimmt, weil... Braue ich ja nicht. Ja, okay, das wird richtig... Ja, das wird richtig ätzend. Ja, da ist Ende. Boah, nee, Alter, wie soll ich das denn schaffen? Oh, oh, ich... HPL's schon in meine Augen, ich kann nicht mehr. Vielleicht kommt mir jeden zweiten Tag eine Folge, weil ich einfach nicht länger als heute wie am Stück spielen kann, ohne dass ich Augenschmerzen des Todes kriege. Oh, diese Stelle, ne? Das raffe ich nicht, wie ich da so schnell hochkommen soll. Na, warte, was machst du denn jetzt hier? Ja, das bringt nichts. Bei der Stelle, da muss ich irgendwie schnell hinkommen und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oh. Oh. Was hängst du dich da ran? Oh Gott, der versucht auch richtig, wieder richtig für den Arsch hier. Okay, das war ganz gut irgendwie. Auch wenn ich nicht daran glaube, dass es, äh... Nochmal passiert. Dass es jetzt Skill war, sondern einfach nur... Ja, mhm... Was war das denn jetzt schon wieder, ey? Ja, jetzt muss ich wieder Glück haben, dass er mich auch nimmt. Ja, danke. Oh, da war doch schon das Ziel. Oh, haha. Ah, cool. Da-da-da-da! Sehr schön, Leute. Das ging ja doch besser, als ich dachte. Eine Folge, wir haben die Welt ge... ge... Zeit-Challenge meistert. Dann werde ich jetzt ab der nächsten Folge mir die nächste Welt weiter angucken, neue Level betreten und werde dann hier die beiden Medaillen, die mir noch fehlen. Alle Lums habe ich ja aus der Welt. Die beiden Medaillen habe ich mir dann später. Da weiß ich noch nicht, wie man das anstellen soll. Ist dann... Ich dachte, da wäre ein drittes Item, aber ist einfach der Eingang zu der Höhle da. Na gut Gut Leute, dann seid ihr wieder bis zum nächsten Mal Sorry, dass ich jetzt ein bisschen angepisst am Anfang war Aber Ich hatte Angst, sagen wir mal so Bis zum nächsten Mal